zum teil ist es ja auch eine win-win-situation irgendwie welches habe was machst du also ich glaube ich bin jetzt schon irgendwo drin ich glaube ich spiele das jetzt auch mal die frage ist halt wie lange leonie und cedric brauchen wir sind jetzt gerade noch in einer runde ein jahr also 10 wir brauchen nur noch zwei runden zum gewinnen das kann ja lange dauern bist du ach so wir sind schon 20 bei mir bin ich blind alter da stand doch 10 bin ich los egal guter macht zack ich jetzt ja ja unsere mates müssen dann eben noch den letzten schulden das ist glas und der swan hat eigentlich dürften die das schaffen eigentlich dieses eigentlich gefällt mir nicht und die frost hat gerade absolut veräumt aber okay also ich weiß nicht die schauspielerin hier socker verkörpern soll ich finde die okay ich finde die okay besser junge luke es wurde zuerst gesagt wie lassen also cap marvel also da hätte lassen hat irgendwie so ein hat irgendwie so ein rundes gesicht das wird gar nicht passend fände ich richtig und die finde ich passt dazu ja und bei da musst du bedenken auch wenn die dunkle hat die kriegt ja eine ganz andere frisur sagt man die kriegt ja diese zwei lecktinger da auf da weg was ich meinen wie doch scheißegal im lorien 2 die schon bestellt da wurde eine gecastet als der socker auch so interessiert ihn nicht erst mal so kein klo was aber so geil fragen wir jetzt auf die weiteren folgen und dann kommt auch normal es geht ja gar nicht geiler mehr weil es einfach der geilste lord alter es gibt nichts geileres nur spaß und dann kommt so nein sie kommen kino renn und so auch wenn das auch keine siffler ort sind aber trotzdem auch aber ohne spaß die sind auch richtig geil diese richtig will aber es gibt nichts besseres als mal sagen wir erst einmal ehrlich ehrlich gesagt bin ich halt am überlegen wir haben sie startet schulden sozusagen streiten weil ich ja die hirnaussetzer wenn ich muss doch jemanden können zeit das ding ist ich ich mag kein darf weder und moll und eigentlich alle aus und du gut und dann 19 was sind das für pings scheiße es ist eine neue herford base nein herford ist immer noch genauso wie früher aber nicht wie früher wie verarbeitet so gut fangen should i take that is me bona ich werde mich wiederbeleben und hört mal auf hier so rum zu legen alter ihr seht aus wie ich bin ich nicht mehr so geil ehrlich gesagt also fühle ich nicht mehr so wie vor einer weile aber trotzdem sind Apex videos immer noch richtig mild einfach besser als von rainbow no joke also die sind echt schon sick aber das geilste game meme video ist trotzdem dann wiederum von rainbow und zwar how to do it von anthony pitt es gibt es gibt nichts das ist das ist das ist einfach das geilste und ohne spaß der ist nur betta ein af kali got them right so ist man sich barrierefreiheit ich will eine andere warf ich will eine andere warf Ich will keine Splitfire. Oh man, ich bin so lost. Sorry Bro, ich brauche selber Heavy Ammo. Na 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 na, Leon ist zu jung dafür. Ich nehme Heavy Ammo! Ich nehme Heavy Ammo! und... ...samme selber. Okay, Jabba, was los? Okay, Jabba, ah ja, muss los. Ich wurde entdeckt! Dass hier irgendwo ne Valkyren kam, oder was? Ist klar, dass meine Mates mal wieder einen... ... goldenen Rucksack haben und ich... ... und nur... Und du? Du stinkst! Ich hab nur einen blauen, alter. Schau mal ein bisschen den fuck ab, alter. Wenn das ist egal, dann wird nicht der Weihnachtsmann. Ich glaub hier, oder? Warum ist hier bei mir? Geht er doch nicht. Kev? Oder was? Das ist ein R, das ist Wamai. Ah, ist klar! Zu Clash, der ne Frau, äh, die ne Frau ist, sagt er einfach ein Dude, ist ein Dude. Und zu Wamai, der ein Dude ist, sagt er ist ne Frau. Perfekt. 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 So, wen nehme ich jetzt? Schwanz. 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 Perfekt. 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 Der Genfer. Wie kommst du da jetzt rauf? Sandwich, hab den Kiemen gelesen. Bro, nein, nein, halt die Fresse. Nein. Ja, der kann Bock mehr weiterzulesen. So schlecht ohne Spaß. Ja, die Schnauzezeit, ja. Oh nee, oh nee. Wie schön, dass meine Teammates vor meine Fresse laufen, wenn ich schieße. Pixel-Play YouTube. Jäger-Meister. Oh, die sind so schlecht. Ja, die sind so schlecht. Okay. Miesel-Drecks. Natürlich. Wir sind noch nicht behindert, Alter. Ja, beim Objective halt, ne. Kev down. Äh, Ash hat platziert. Jäger-Meister ist einfach ganz oben. Ja, ich hab aber wohl Kev gekitzt, Alter. Ich so, unnütz, vielleicht sieht's ihm diese, äh, 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 sie meinen das, diese Runde nicht. Er verlernt einfach auch schon. War das Collateral? Oh. Alter, wer war die Banner? Collateral einfach, Bro. Oh. 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 Nein, Headshot war's nicht, der ist oben angezeigt worden. Zedrick ist wieder am Shit-Talken, Alter. Oh, Mann. Zedrick weiß, wo der Hase läuft. Hm? Die Fresse. Was? Ähm. Bitte vergrab dich. Mann. Wie kann man nur so ne Witze vorlesen? Hm. Also, ja. Wie nennt man, äh, Spanier ohne Auto? Carlos. Warum? Warum ist... Welchen erzählt hab, unter anderem? Weil Julian allgemein witzig ist. Hashtag selbstverliebt. Genau. Haha. Na klar! Halt's Maul! Leon. Nein! Oh, die Schnauze. Bitte! Oh! OhHmm... Oh nee du! Nee! Oiiiii Ich hab's mal gesetzt worden! Jo Calvin! Ich hab dich fast getötet! Geraaau!! ich hasse gebreites anschlag alter ja wie wärs mal mich wiederbeleben ich hab gerade gedacht wir müssen hier irgendwo überlegen was geschwitzt da ganz was anderes welche dropper leon du wäckern ja ich weiß oh fuck da vorne ist ein gegner direkt ich werde von jackal verfolgt diesen die ist gestorben habe ich gekillt verfolgt er mich schon wieder jackal du hurensohn verpiss dich du alle sau die kommen oben bei dem dropper wahrscheinlich verpiss doch ich verpiss doch da ist er es das ist blackbeard oder oder noch irgendwo wurde auf mich geschossen leute noch guter blackbeard bei zedrick leise 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 jack ist lecker um du hast ein 500 habe hängen We're outside the ring. You're ready for a blow to hurt. You mean my shields are rechopped? I'm getting shot. We're talking over there. Lol, okay. Flales Victory. Geht ihr jetzt zum Leuchtturm? Flales Victory. Geht ihr jetzt zum Leuchtturm? Na klar! Ich hab's verstanden, Luke. Ich hab's verstanden. Was ist daran zu verstehen jetzt? Das war was für die Intelligenten. Kann nicht sein. Wir haben's da grad nicht verstanden. Ja, deswegen ja. Nee. Ich schläft gerade. Digga, das alles, was du mir sendest, kann ich nicht sehen. Ich folg dem Typ nicht. Ich folg dem nicht. Dann folg den. Welchen? Was steht denn da? Ey, warum versteh ich den Witz nicht? Was ist da ein Problem? Hä? Ich hab Game of Thrones sowas von geguckt. Bist du behindert? Klar. Bro, klar kennt das jeder, alter. Ja. Ich feier am meisten irgendwie noch dieses Meme, äh, wo sie die Tür öffnen will, aber nicht reinkommt. Not for me, und dann... Nix da. Ja. Oh mein Gott. Ja. Ja, das mag ich ja. Wild, Bro. Mit Klack ist einfach geil. Okay, Julian, wo du recht hast, hast du recht. Ja, das sind nicht nur meine Ansicht. Ja, Dustin sagt das auch. Jeder sagt das. Nein. Doch. Ich freue mich auf die Folge Clone Wars schön, auf Deutsch zu gucken. Da sehe ich mich am meisten. Let's explore this way. Rings next door, 45. Und 4800 ansehen wieder. Toi, jetzt kann ich wieder auf die nächsten Operator warten, weil die anderen gefallen mir alle nicht. Kein Bock auf die. Ich lache. Ja. Marvel Studio exist. Disney. It's mine. It's mine. Von Meini, von, äh, wie heißt das hier? Lazy Town, ist ja zu sehen. Ja, ja. Lazy Town, auch Ehrenserie eigentlich, Dinger. Have we hauled enough toilet paper? 200 worlds are ready with a million more world on the way. Das ist so geil, auch nicht Spaß. Ja, das ist einer der geilsten Memes derzeit, ehrlich. No joke. Das geht's gar nicht. Ja, mate. Ja, du wirst sterben. Anakin, I'm pregnant. So you've been hard and young nix this whole time? Sie dann so vorgegriff einfach. Haus als ob, wie geil, Ehre. Nein, nicht geil, das ist das Rework, oder? Nein, nein, das ist noch das Alte. Ist das noch das Alte? Ach ja, stimmt, sieht man ja auch. Da, brr, 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 brr. Ehre. Wen nehm ich jetzt? Book. So, er ist der Toilet Paper. Du nimmst Book. Book. Aber ich wollt Book nehmen. Book. 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 Book, 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 Book. So macht man das, Juni. Sniff, Sniff, ah ja. Und immer wieder so, bitte nicht, bitte machte mich. Ein Rastafarian Tag.